könnte aber wetten dass die spieler gespawnt sind und vielleicht schon im spiel sind wenn ich also gleich sterbe dann lasst ihnen bitte nichts übrig von meinem loot ich weiß nicht oben im 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 der drauf geht bist du am gebäude jaja war das aus dem gebäude raus? entweder aus dem gebäude oder auch unten an der ecke bist du oben am gebäude? ja ne? an der tür? oder an der tür jetzt ja gar nicht du warst doch hier in der nähe du musst doch gehört haben wo die schluss her kam ja ja aus dem fenster oben ich glaube er ist im dingsbüro ich bin unterhalb er kommt grad raus ich geh unten rein hab ihn guck ob noch einer hier ist ich bin erdgeschoss ist weg ist keiner mehr da also oben ist keiner mehr ok erdgeschoss sieht auch gut aus ich klippe den einzigen raum der offen ist ich klippe mich eben ich komme jetzt auch rein ich gehe zu diablo und save das zeug wo ist denn der dude? 27 hat auch die aksu quest oh player kommt vom crack house liegt an diablo looted den gerade ihr könnt auf ihn schießen ich bin zwei platt nach alter stirb halt ich geh unten raus ich hab hier nen scuff scheiße ich hab nen scuff geschossen das ist nicht idiot ich hab einen ich brauch mehr ich bin hier den weiß gekleideten hab ich ich seh den anderen nicht ich bin bei den bussen ist irgendwer bei den bussen rein ich bin leer keine waffe mehr was ist das für ne scheiße ok ich hab nen übelsten bug ich hab keine waffe ja hallo und herzlich willkommen meine freunde ich bin's wie immer euer gunshot und diablo und ich sind hier nach einem abend voller mini eft offline turniere auf lighthouse unterwegs in der wir eigentlich anfangen wollten um uns langsam auf die quests hier zu konzentrieren aber auch hier brachte takov uns dann doch eher vom eigentlichen plan ab aber das seht ihr gleich falls ihr auch mal bei unseren mini offline eft turnieren mit lustigen loadouts dabei sein wollt und mal lust auf was anderes als die üblichen raids habt dann joint doch einfach mal im discord oder schaut live im stream auf titsch rein wenn ihr bock drauf habt schreibt es mir doch einfach in den kommentaren dann gebe ich auch gerne noch mehr infos in einem separaten video bekannt das war's jetzt aber erstmal wieder mit meinem gebabbel ich wünsche euch viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal ich schauke mich hier hin ob jemand von der anderen seite kommt ist da vorne mg oder was? ja mg hat schon gefeuert warten wir mal kurz ab wow kannst du sagen weil du willst ne die sounds auch ich muss äh binaural wieder anmachen was war das? granate hat sich die geist hat sich so angehört vom schall her als wäre sie keine ahnung drei meter von mir explodiert warum schmeißt da hinten einer eine granate? weil er vielleicht auf andere spieler getroffen ist? ja wieviele punkte sind da hinten noch? da hinten ist der lightkeeper ne das war nicht beim lightkeeper doch es kam hier hinten vom bogen äh bei mir hat es so geklungen als wenn es hinten vom sniperberg kommt auf unserer ebene da rennt was jo siehst du das? ja klein ab Hilfe ui was ist er denn? hab ihn bist du das? ja 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 wo ist ein dude? halt du mal kurz die richtung in der er gekommen ist im auge ja 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 warum schmeißt du da ne granate da hinten? ja zweiter noch welche? mehrere abhauen und noch zwei warte hier vorne im busch warte hier vorne im busch ich muss decken ja der ist von dir geflüchtet zwei spiele habe ich gesehen mhm auch gut equipped gib ihm gleich mal waseline alter gib ihm gleich mal waseline alter gib ihm gleich mal waseline alter hör auf rechts busch ich nicht ich bin weiter links da unten links vorne auf dem sand auf dem sand auf dem sand die rennen nicht die haben dich doch nicht gesehen jetzt weg da die kommen hier oben rum ich weiß nicht genau wo du bist du bist bei mir jetzt gleich links ja 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 die kommen hier über die steine einer war unten bei mir einer war oben auf dem stein drauf ja Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ist noch einer. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Hab ihn! Sehr gut! Hast du jetzt drei gekillt? Jo! Ja, kannst du gleich wieder rausgehen, ne? Ja, ich hab auch keine Munition mehr, alter! Ja, die haben bestimmt die ein oder andere Waffe für dich. Ja, ich denk auch. Ich denk, hä? Sand, sand? Wo denn? Das bist nicht du? Ne. Ne. Ist so heftig. Davon ist doch nichts was wert hier, oder? Ach komm, schmeiß weg das Scheißding. Platzhalter. Rangefinder, okay. Was ist das für Spawns denn bitte, alter? Du weißt halt nicht, was sie vorhatten, ne? Ja, wenn dann noch zwei Truppen da hinten in der Ecke spawn sind. Was war er hier? Ein Scaf? Lull! Hier ist einfach mal ein Scaf gespawnt, während wir hier gefeidet haben. Ja. Muss ganz hoch gehen wahrscheinlich. Ja, ja. Och, come on. Ich lieg da irgendwo in der Ecke. Das bist du hier. Das bin ich, ja. Hier ist nix mehr. Hallo mein lieblicher Busch. Ja, vielleicht sinds doch bloß davon ausgegangen, dass ich alleine war, ne? Hm, Hauptsache hier wird immer noch deine Waffe angezeigt. Guck mal. Nein, nur ich, ja. Und der andere, da musst du hier drüber rumlaufen, glaube ich, um nach oben. Ja, zwei habe ich irgendwie auf dem Stein getötet, das ist... Oh, oh. Okay. Och, bitte. Ja, genau. Ja. Was denn? Ja, oben drauf. Gefällt mir nicht so. das müssen jetzt alle gewesen sein glaube ich wollte ja gar nicht hoch muss drüber in die villa ich denke ich hatte das hier hier an dem berg nicht an dem wir sind nicht hier ja ich denke ich werde hier außen war vorbei dann machen wir beim nächsten mal das wieder zusammen dann brauchen wir nicht getrennt laufen so wir sagen danke schön 20 jahre die flippers remy stein bald cool also remy stein war der einzelne weggelaufen ist bald ghoul senma und viper waren anscheinend hinter dem herr ich weiß auch nicht oder was er einfach nur vorgerannt auf jeden fall meine freunde falls ihr das seht war nice die meisten kriegen das gear wieder dazu nichts gekommen in der runde außer kills trotzdem schön so Bis zum nächsten Mal.